Jetzt! Okay, BOSS! Na, was sagt ich das denn? Es hat dein Tag in. Es hat dein Tag in. Kein Problem, kein Problem. Du hast es in der Polizeischule gelernt. Bei der Doktoratenschule bei... Bei mir hast du das gelernt. Ja, beim Schießen. Komm auf den Schießen immer, wenn du sagst. Du musst vor allem schießen. Schießen? Was? Hast du mir nie beigetragen? Ich hab dir gesagt, drück den Trigger. Du hast gesagt, ziehen und nachladen. Ja, Hauptsache du setzt nach und schießt. Gut, dann werde ich jetzt ziehen, schießen und nachladen. Sehr gut. Multitasking, der Dr. Hollister. Man kann auch so zuschlagen, so ein Bildschweiger. Vorsicht! Ab ist freier! Wir haben bessere Chancen im Freien. Ach so. Das ist ein Schlauch. Warum haben wir bessere Chancen im Freien? Okay. Ich bin am Freien. Du bist weg vom Bildschirm, Jürgen. Ich bin weg vom Bildschirm. Ich bin... Du verwirrst mich. Du willst ja noch den großen Fang haben. Oh, Trick 17. Trick 17. Drück, drück, drück das, was da steht. Bei dir war es A und B gleich. Das ist hier und das und das. A und B. Das hier und das vorne. Ich drück das mal. Du musst also A und B gleichzeitig. Ich drück das mal an. Nee, es sind verschiedene. Das wird dir halt vorhin auf dem Bildschirm gezeigt. Rück raus! Auf! 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 Nein, verdammt! Oh Gott! Meine Güte! Sorry! Ich drück! Ich drück! Ich drück! Ich drück! Dr. Wussi hat bei der Ausbildung ein bisschen geschlampft. Ja, aber... Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Aber wir haben es doch ziemlich gut. Guck mal! Guck dir doch mal die Boss-Leiste an! Wie lange diese Boss-Leiste ist! Die ist länger als deine Dislike-Leiste! Also du gehst jetzt! Ja, du gehst jetzt alle. Der ist ziemlich billiger. Ein ziemlich billiger Panda. Aber ich denke an die VWT hätte ich damit durchgekommen. Ja. Das wäre aus dem Platz gemacht. Und jetzt... Du musst einfach tanzen. Du musst tanzen. Und auch... Schießen. Mir ist schon klar, dass ich die ganze Ader gerade mache, während du tanzt. Ja, ja. Aber es sieht so ziemlich gut aus. Das kann sein. Ich glaube, deine Adernetten haben mich auch aus Grund dieser Kleinigkeiten ammoniert. Diese körperlichen Fähigkeiten, die du sonst kein anderer als wäre. Nämlich zu tanzen und zu schießen. Oh, 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 oh. Der Bost ist schon mal angeschwissen. Ja, ist ziemlich schwer. Oh, schon mal angeschwissen. Oh, Vorsicht, ja. Auf dem Eke. Das ist das Nachhinein. Oh. Ich steig nur ein Hocke deinen Einsatz an dieser Stelle. Ich sag, es ist gut oder gar nicht, habe ich es getan. Ist das gut? Hallo? Ja. Wir sind immer noch im Kampf. Ich melde mich, wenn der Kampf zu Ende ist. Gut. Dr. Hollerster ist hier bei mir. Machst du mir schon die Bäsche? Okay. Wie so glatt, das machst du? Ich? Wessen Bäsche ist es denn? Ja, aber den Scheidern haben wir schon eine Bäsche, dass ich anfangen darf. Dann musst du die Pizza bestellen. Nein. Gut, gut. Oh, das B. Gut gemacht, gut gemacht. Gut gemacht, du lernst. Schnell. Ja. Du schießt doch nicht in das Holzkapo rein, bitte nochmal. Ach, ich muss mit, ich habe ja den Arsch. Um hier mal das nur kurz zu zitieren. Ja. Wenn ich gerade nicht so viel spreche, liegt es daran, dass ich mich gerade schwer konzentriere. Ja. Ach, also ging ich wieder da? Dann sieht's ja die Konzentration. Richtig. Das ist der Vorteil, wenn man eine Cam hat. Dann sehen die Leute die Konzentration. Warte, 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 warte. Man konnte ja nichts machen, man konnte nichts machen. Nein man konnte nicht machen, außer CAMPTEN. CAMPT, verdammt nochmal! Ich drücke, ich schieße, ich schucke. Sehr lustig. Ich bochte. Sehr gut. Ich mach andere Dinge, die Angst einflößend sind. Zum Beispiel, wenn wir ein Beispiel, wenn wir ein Beispiel, wenn wir einfach nutzen, dass beide ein Verpackenlieder macht, die einen Angst erlösen sind. Eins. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Gespräch verendet. Na, nächstes Mal vielleicht. Ja, meine Güte. Dann geht doch. Hey, Freunde. Es geht weiter mit Resident Evil 4. Part 4. 4 Chronicles. Irgendwie sowas. Metzeln, Metzeln, Metzeln. Nein, es geht weiter und wir haben ein paar Tanzmoves einstudiert. Ich will Claire sein. Du bist... Oh, Mann. Immer bist du Claire. Du kannst nicht, muss ich mal Claire sein. Okay, das klären wir dann später. Tag, ich bin Claire. Das wäre die zweite Chance. Mann, immer bist du Claire. Sorry, also man muss einfach... Ich bin nicht nur ein länger Doktor als du. Ja, ich merke schon. Du hast einfach die schnelleren Reflexion. Das kommt. Das kommt jetzt. Du musst gechittert. Du musst gechittert haben. Ach so, ich lasse mir was für ein Neu-Doktor sagen. Klar. Okay. Dann gehen wir ganz am Anfang. Okay. Ach, das ist doch hier. Bei der Neu-2, ne? Richtig. Wie heißt das hier? Arkham City. Ja. Das ist nicht Batman. Also. Ach, wirklich. Obvious. Obvious? Obvious. Es heißt, ob uns... Pass auf! Was heißt das? Äh, Captain, das ist doch ganz klar und deutlich. Das ist ja nicht so, dass ich in den Eingang bist, aber... Oh, stimmt, das... Guck mal, ich kann... Du kannst umballern wie so ein Bruder, ich nicht. Du dich. Das ist ja der Frau. Oh, das habe ich nicht gesagt. Oh, das habe ich nicht gesagt. Ich kriege eine fette Rückrunde der Frauenwelt. Von der Frauenwelt. Ich bin gespannt, ob da Miss Glavos zum Beispiel ein harten Battle ist. Ja, was ist denn jetzt los? Die, aufzuregen, kämpft gefällig. Echt jetzt, mal. Da kommt schon die Antwort der Frauenwelt. Ich versuche hier... Oh, scheiße, in den Kopf geschlossen, weil er mir Haar auszieht. Mit den Schüssen. Meine Güte, du bist aber ein Romantiker. Ja. Sorry, sorry. Oh, ich kann auch mich zu schießen. Hör auf meinen Arsch zu gucken, verdammte Arsch. Meine Güte. Okay, ciao. Wer war das? War nur Fist. Hau auf, hau auf, hau auf, hau auf. Komm schon, komm schon. Ich dachte, das ist zu weit weg. Du hast... Mit dem Treten geht nur, wenn die ganze Nase ist. Das habe ich schon mal gesagt. Du kannst ja auch... Ich kann nicht jetzt treten, weil ich nach... Aber versuch mal, mich zu treten. Versuch mal, mich zu treten. Es geht wirklich nicht. Ja, hervorragend. Oh mein Gott, boah, wie geht das? Wieder was gelangt. Wieso nennst du mich Bob? Das ist eine unverschämtheit. Überleg dir gut, was du sagst. Wir sind hier... Ich habe ja den Arsch direkt. Okay, komm. So. Diese Wand gefällt mir nicht. Oh, geht das jetzt ganz klar. So war die dahin. Jetzt hast du die angeschlossen. Jetzt war ja klar, dass du sie zuerst an schießt. Sorry. Ja. Sie hat mich so angeguckt. Sie hat dich bestimmt nicht so angeguckt. Nein, sie hat mich so angeguckt. Oh, ja, sie hat mich angeguckt. Oh, ich bin der Coolste hier. Ich werde angeguckt. Ja. Das könnte nicht schlüpsel. Diesmal kann ja nicht angeguckt werden. Nein. Oh, wie hast du... Hast du das gesehen? Weißt du das gesehen? Ich dachte es nicht. Rette ihn! Die Knutschen. Oh. Die Knutschen, ihr frisst ihn. Ah, ist ja schon doof. Okay, dann lauf ich mal lieber ein bisschen chill. Oh. Hier kannst du gucken, ob ihr überliegen Tachen rum. Greif den Part. Nimm A. Zeig auch die Seiten. A. Oh. Ah. Ich kann mich so schießen. Ich habe was aufgehoben. Stimmt. Konter drehe ich. Gebeid sehr viel Power. Ich stehe mit der Nase. Das funktioniert ziemlich gut. Okay. Man hat immer einen guten Blick nach vorne. Hast du es gerade gesehen? Lieg ich in die Cappy wegschießen? Und wie hast du ihr jetzt bitte mal nicht wieder den BH abschießen? Oh Gott. Ich habe mich schon fasziniert und ich konnte einfach nicht perfekt diesen Einsatz anzeigen, um die Welt zu rücken. Ich bin nur für dich. Ich bin nur für dich. Ich bin nur für dich, Holly. Das ist für drei deine Abonnenten. Für Hyperknödel, Kameratyp und Scott Martinius. Und für euch. Für Dark Horse und Schinken. Schwierweise. Oh verdammt! Du hast geschossen? Ich habe es nicht gemerkt. Ich muss aber hinterherlaufen. Oh nein, dieht man nicht so schnell. So. Wie in der Hölle sind sie? Hey, ich bin ein Rookie. Hey, ich bin ein Rookie. Don't ask me. Ich habe gerade raus. Okay, sorry. Oh mein Gott, es rückt. Something muss hier rücken. Wir sind besser vorsichtig. Okay. Du sagst. Muss es wohl stimmen. Der Klubmatiker ist unter Klubmatiker. Let's go. Okay. Was ist kein Problem? Das ist die Ausweisung der Zwei. Das ist... Knie-Teil-Selderung. Wir werden waschen. Ah! 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 Hör! Ich habe den Fugger gehasst. Komm hoch. Ah! Perfekt! Okay, soll es in den Augen? Alles in den Augen? Kein Problem, wir machen es von hier aus. Mund zur Mundbeatmung. Ah! So. Ja, man kann irgendwie so ziemlich gut zielen von hier. Echt jetzt? Ja, man kann von hier gut zielen. Ja, ich muss eigentlich die Finanzmache machen. Ist das nicht leer? Machst du gerade eine Steuer? Ja. Meine Güte, der Typ ist gut. Okay, gut. Alles gut? Zahlt TGN auch brav? Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist alles okay, geht wieder. Ja. Warum greifen Sie Menschen an? Der Mann im Waffenladen. Es sah so, als war es ob. Keine Chance. Mir wird das nicht passen. Ich bin die Frau, mein Freund. Wir sind die letzten Überlebenden, oder? Nein. Natürlich nicht. Wir dürfen nicht aufgeben. Es muss noch andere Überlebende geben. Du hast recht. Ich weiß, ich glaube immer. Ich glaube, ich denke. Was? Oh Gott, ich werde blind. Nur einfach, weil ich dann halt nur ein bisschen erlaufe. Okay. Frotti kam wieder rein und hab mich auch geschüttet. Ja, Frotti. Ja, der würde das alleine durchzocken. Beide Controller, jeder Hande ein. Ja. Das ist einfach. Das ist krass. Das muss man gesehen haben. Das Spiel durch. Der Junge ist ein Pro. Ja. Wo ist mein blaues Ding? Es geht nicht. Hast du es gehört? Ja. Ja, ich habe es gehört. Sehr gut. Du spielst jetzt aber noch. Du actst. Du bist richtig schockt. Ich will es heute entwickeln. Ich warte nicht auf mich. Ah, sorry. Ich hau ab, ne? Ist klar, ne? Fuck you. Ja, der wegläuft. Ich bin weggelaufen. Weg vom Bildschirm bist du gelaufen. Mal schauen. Was ist los in dieser Straße? Ihr wollt einen kleinen Urlaub machen, hier. Das ist schlecht. Du machst es jetzt los. Schon wieder. Wie immer. Wie immer. Das ist gleich. Du kannst jemand anderen Urlaubsort aussuchen. Das ist immer das gleiche mit dir. Oh, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, oh, du bist ja ziemlich ausgeregt. Ist es los? Klar. Aber wir müssen uns nicht umführen. Wir müssen uns um. Und dann steht der auf. Nein, das glaube ich nicht. Überhaupt nicht. Das kann einfach nicht sein. Das passiert nicht. Wieso hast du recht gehabt? Ich weiß nicht. Es ist so kalt. Ja, dieses Ort ist auch ein Ruhand. Vielleicht haben sie alle evakuiert. Ich weiß nicht, die Racco-City-Polistation ist nur zwei Stunden weg. Bitte gib nur und drückst hier noch drauf. Das ist das Messer. Ach so. Wozu warst du in der Doktor-Aktenausbildung? Ich frag mich das immer wieder. Ich habe nie Messer benutzt, um Leute aufzuschlitzen. Immer schrotflienten. Du hast mit schrotflienten Menschen aufgeschlitzt? Ja, das ist ja ein Abstoß. Das ist genau, wie ich mich hart gelöst habe. Wow. Warum sterben die Patienten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Medizin ist halt sofort geschritten. Was ist denn hier? Warum helst du mir nicht? Wieso schießt du nicht auf ihn? Der tötet mich. Ich bin echt tot. Das ist dir schon klar? Aber das ist die geschlossen. Ich bin tot. Du hast dich sterben gelassen. Nein, vielleicht war ich einfach noch eifersüchtig, dass du mit ihm gekuschelt hast. Rette mich jetzt, gefälligst. So, jetzt habe ich dich selber erledigt. Weil du es nicht auf die Reihe bekommt, mich zu retten. Toller Gentleman, er werde freundlicher stolz auf dich sein. Ja. Ja. Wieso willst du das Ding so drehen? Ja, ich muss die Atmosphäre rechnen, oder? Ist das ein bisschen drehen? Die Karussellatmosphäre? Ja, kann schon. Ah, jetzt zeigt er die Luz. Ja, jetzt geht's los. Bei Deadlift, die so ist eben, ich tanze so ein bisschen mit Pi und jetzt kommt die ganze Scheiße. So, einer fand ich ein Streber, du hast voll Talent, aber im Game und so, ich kann das nicht wirklich. Oder eine Klassenarbeit. Ich habe überhaupt nicht gelernt. Und dann die Eins. Oh, wie kann das denn passieren? Ja, das war, ich hätte gedacht. Oh, was ist das du, eine Fünf? Oh, ich habe das jetzt auch eine Fünf. Hoch, eins plus, Klassenbester, Schulbester, Landesbester. Europa-Meister. Oh, ich war völlig überrascht. Europa-Meister, ein Mathe-Test? Ja. Zum 20. Mal in Folge. Richtig. Ich glaube, ich muss Abi nochmal machen. Oh, 0,9, das ist natürlich ungewöhnlicher Schnitt. Nein. Meine Güte. Das ist das Polizeistatio. Bist du sicher? Ja, ich bin mir richtig sicher. Ja, ich bin mir sicher. Pass auf, hinten. Was haben wir denn? Oh. Ist das nur ein Tinnitus? Das kann ich dich retten. Was? Steh auf! So, das war knapp, Mann. Aber was auch, den krieg ich. Okay. Oh Gott, hilf mir! Ich kann doch nicht schießen, ich bin... Oh nein, ich muss machen. Du bist der Schießer, ich kann... Ich kann nur laufen. Oh Gott, fuck, ich muss doch hin und her. Knapp, Mann. Ja, du bist natürlich die Usi. Auf einmal, irgendwoher. Ich hab ihn bekommen, weil ich weiß, wir gehen nach unten. Oh Gott, schlafen. Wir gehen nach unten. Aber wir können doch zwei, äh, oben oder unten, ne? Ja, wir hätten oben oder unten hergehen können. Da sind wir nach unten, wie lange. Wenn wir draufziehen können. Oh! Oh, was ist das denn? Du kämpfst immer direkt um. Es ist überhaupt keine Kondition mehr. Ja, ich bin schon alt. Ach, boah. Was ist jetzt los, ha? Ich... Ich muss immer... Die Kamera steht im Weg, ey. Ich werde aber auch ein bisschen konkreter zielen. Ja, okay. Du weißt, du kannst es. Wie gefällt dir denn euer Job bis jetzt? Na, was soll ich sagen? Ich bin Arzt. Natürlich macht das Spaß. Bin ich jetzt der oder der? Vorsicht! Oh Gott, schieß! Oh! Wo bist du? Wer hat geschossen? Ich? Lass uns einfach ein wenig Rechner gehen und es CP zu. Wir müssen zurück ins Hauptmilieu. Du hast dich nämlich, äh... Anscheinend hast du dich nicht getraut, teilzuhaben an diesem Spiel. Wieso? Ist da so viel Angst? Ist da so viel Angst von deiner Seite? Hat das in Ordnung? Also... Ich frag einfach nur so, weil... Es ist okay, wenn du jetzt sagst, ich will nicht mitmachen. Na gut, ich werde teilen. Guck mal hier. Jetzt. Drück mal die Eins. Erst durch die Eins.